Das Schild ist glaube ich kaputt, so wie es geklungen hat. Ankommen! Hallo und herzlich willkommen zu, nee nicht zurück, willkommen zu Apex Legends. Ich glaube schon, auf jeden Fall alleine, jetzt für den Anfang und was ist denn dieses Spiel? Wie soll ich das beschreiben? Es ist eigentlich ein Battle Royale Shooter, Ego Perspektive, was übrigens nicht viel gibt, glaube ich nur COD und PUBG kann man auch Ego, ansonsten habe ich keine im Kopf, Battlefield dann wenn es kommt, aber mit Fähigkeiten. Man hat hier Legenden, haben alle ihre Fähigkeiten, mit einer taktischen Ultimate und einem Passiv. Und die spielt sich jeder ein bisschen anders, ein paar Heiler, hier zwei Heiler. Die Idee ist glaube ich auf Clearer und Tank, so wie es ausschaut, gibt es bis jetzt. Man kann auch Waffen und so, mit Skins und Shit, da habe ich noch nicht viel. Man kriegt übrigens, hier dieses Zeugchen, das kann man mit Geld kaufen, hier im Store. Kann man, hier seht es, 10 Euro sind 1000 Münzen. Und für 100 kriegt man eine. Das heißt glaube ich, ein Euro ist ungefähr eine Loopbox. Das sind eigentlich so Loopboxen, ne? Ganz klar ist, und man kann hier noch die zwei freisch halten, aber man kann sie freisch spielen. Wichtig zu sagen. Man kann sie nur, man kann sie auch freisch spielen. Und... Wann hier? Ne, das sehe ich gar nicht. Man kriegt, durch Level Up kriegt man immer so eine Loopbox, plus manchmal noch diese Credits, die Legenden Token. Damit kann man nämlich die Legenden kaufen, hier diese zwei. Und das ist eigentlich so, das grobe. Letzte Match, ne? Hier sieht man es, was man kriegt beim Level Up. Und... Ja. Es ist glaube ich, man kann nur zu dritt. Deswegen solo ist es immer so... Ich möchte eigentlich immer als Team. Weil... Ne? Es ist... Vor allem jetzt am Anfang... Alter, ich habe... Ich kriege einfach immer immer dumme Teams. Ich habe jetzt ein gutes Team gekriegt. Die irgendwas auf die Reihe gekriegt haben. Aber sonst so überhaupt nichts, ne? Dann verstreuen sie sich. Und sterben direkt in den ersten Minuten. Oder in den ersten zwei Minuten. Ich hatte schon... Die ersten drei Matches oder so. War es glaube ich wirklich so, dass die ersten... Zwei Minuten starben die. Meine Mates. Und ich habe dann irgendwie noch zehn Minuten überlebt. Mit irgendwie drei, vier Kills. Also... Ne? Auf jeden Fall. Man kann hier Legends aussuchen. Legenden. Und... Ich nehme eigentlich immer die, ne? Das ist eigentlich so mein Ziel. Komm schon. Dankeschön. Das ist eigentlich mein Lieblingsbesitz. Also ich habe noch nicht die ausprobiert. Ich mag die eigentlich. Der erste Held, den ich ausprobiert habe. Und... Das ist mir der Nehmen direkt. Und ich bin jetzt auch... Das ist auch sowas Spezielles, ne? Alter, willst du mich verarschen? Das sind Level... Das sind Level 20 beide? Ich bin der Jobmaster. Ich bin der Jobmaster. Mal... Kennt. Liebe Freunde. Man kennt es. Was... Wo soll man hin? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Hier? Was? Das war ein bisschen komisch gepinnt gerade. Aber... Ich weiß auch nicht, dass es gerade war. Gehen wir einfach da runter. Die sind erst durch den Tod. Es sind... 60 Leute, glaube ich. Da landen direkt Leute, ne? Das ist ein bisschen... Das ist gerade... Wow, hat er gerade mir die Waffe weggeklaut? Der Trottelmann! Man kann übrigens nachkampf und so. Das ist... Was ziemlich gut ist. Hm... Hab ich gemerkt, dass... Damit rechnen nicht viele. Die sind auch da oben? Ja, okay. Rechnen nicht viele, dass man Nachkampf macht. Und deswegen habe ich schon viele Nachkampfkills gemacht. Und... Das ist richtig nice, ne? Ähm... Ich habe immer noch keine... Hier ist was. Nice, wenigstens was. Und Rüstung, das ist schon mal nice. Äh, ich laufe im Kreis, nice. Die haben so richtig Stress, ne? Okay. Die haben... Stress, muss man sagen, ne? Übrigens, beste Feature, das hier. Runterrutschen. Das ist... Das gefällt mir richtig gut. Und... Ich weiß halt nicht, wie oft das ich das bringen werde, ne? Äh... Wahrscheinlich nicht jeden Tag. Ein bisschen aufpassen mit... Äh... Das kommt jetzt heute nur... Eigentlich... Was bist du? Thermogranate? Äh... Äh... Ich weiß eben noch nicht, wie oft und so werde ich es bringen. Äh... Es ist halt alleine... Ist bisschen... Doof, muss man sagen. Also, es ist ne... Man... Muss es schon... Äh... MP. Es ist... Gewöhnungsbedürftig. Es ist... Gewöhnungsbedürftig. Es ist ein bisschen anders. Ich möchte das hier haben. Zack. Dankeschön. Haben wir hier. Schaft. 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 Eben, man... Man kriegt... Man looted... Level und loot... Nein, Level nicht, aber looten und so. Alter, was haben die für Stress? Ich hasse... Was ist das, ne? Als ob... Als ob irgendwie jemand hinterher ist, ne? Ich hab grad zweimal dieselbe Munition, ne? Das ist auch ein bisschen kacke. Und es gibt natürlich auch die Zone, ne? Die kommt und geht. So. Gegner? Keiner? Aber kein Danke, das habe ich zum ersten Mal gesehen, ne? Was... Läuft hier? Achso. Hab ich jetzt gerade... Seht, übrigens, die passive von meinem Typen. Typinnen? Ist... Wenn ich an... Im Visier bin, sagt mir das ne Stimme. Das finde ich voll cool und richtig praktisch. Ähh... Mein Team ist... Ah, die sind halt da oben. Machen wir hoch, F, übernuchsen. Schauen wir mal. Ob ich noch was finde oder ob hier alles weggelootet wurde. Wahrscheinlich wurde hier schon alles weggelootet. Der Stress, ne? Brauche ich alles nichts. Gut, dann gehen wir runter. Ist ja gut! Ich krieg da gerade eine Krise, ne? Wir überleben ja gerade. Das ist schon nice. Aber... Das ist ein bisschen lame ohne Gegner. Ich hab bis jetzt immer actionreiche Runden gehabt. Deswegen ist das gerade für mich ein bisschen strange. Gut, wir haben noch Zeit, ne? Hopp, 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 hopp. Oh, das Hochspringen gefällt mir übrigens auch. Was versuchen die da oben? 10 Sekunden. Die Runde ist gerade vor. Ich geh dir das gerade nicht. Die Dropdown für unterwegs Dinge. Was macht ihr? Warnung. Warnung. Ich bin verwirrt. Ich hatte noch nie so eine Runde, ne? Ah, wir haben noch zwei Minuten bis der Ring hier ist, ne? Oh, hi Care Package Ist die was für mich? Ja Ach, ich habe keinen Platz mehr, was habe ich denn? Okay Kann ich vielleicht mal mal rauswerfen Ist hochwertig, ah, deswegen sind sie hier hin I see, I see Ich habe nur ein Medipack, wirklich? Wieso habe ich das dabei? Ich weiß es nicht Warum habe ich das dabei? Ich weiß es nicht Okay, wir müssen langsam los, glaube ich Oder nicht Die Zone kommt, Freunde Das könnte jetzt gefährlich werden No, no Ja schon Lauf, ouchi Ah gut, das macht noch nicht viel Schaden Das macht noch nicht sehr viel Schaden Deswegen ist alles in Ordnung Ich glaube man kriegt kein Fall Damage Ist es eigentlich so, dass ich keine Waffe wegstecke? Das leuchtet jetzt los So, Round 2 Ja, es gibt mehr Damage, wenn er zu ist Zack, zack Oh, danke schön Okay, jetzt sind wir hier Freunde Ich habe keine Visiere, nix Doof Hast du was sie sehen? Er hat, glaube ich, was sie sehen Ich habe die falsche Waffe für die Entfernung Das ist ein bisschen gefährlich Wir haben hier was Schönes Okay, da ist er tof Ich brauche jetzt nur Wieder live Bisschen Aha, ich habe sie gesehen Ey, habt sie gesehen Das Schild ist, glaube ich, kaputt So, wie es geklungen hat Ankommen Ja, wo seid ihr? Ihr Limmel Was? Wirst du mich gerade Komm mal her Uff So Uuh Uuh Das ist Richtig guter Loot Ähm Hier haben wir So Gut Jetzt müssen wir Okay Wegen Den Zum Sender bringen Ne Okay, das wird aber Eine gute Runde Glaub ich Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir das noch hin? Ne Gehen wir weiter Das ist zu gefährlich Okay, da bist du direkt am Weil die Zone kommt Der Ring kommt Und Na, das ist Ich muss drei Gutes Jetzt haben wir gute Waffen Das haben wir hier Care Package Ah, da ist Da ist ein Respawner Holen wir uns doch Sind noch sechs Squads verbleiben Also das könnte Meine beste Runde werden Das gefällt mir Kann er das auch Okay Kann das auch Das könnte jetzt aber Gefährlich werden Kann man zu Aha Spot it What? What? Komm schon. Wo ist er? Ich habe ihn voll getroffen, ne? Wo sind die? Freunde. Wo ist Hütte? Wir haben das krasse Waffen und das ist richtig gut. Ich habe jetzt keine Deckung mehr. Aha, ich weiß aber wo sie hin sind. Komm rein. Ich versuch's. Von hinten! Ich versuch's. Sneaky, sneaky. Wo sind sie? Hallo? Ich weiß nicht wo sie sind. Haben wir sie? Es sind noch 5 Squads, ne? Ich glaub wir haben sie. New Kill Leader appointed. New Kill Leader. Eyes out farm. Ne, warte. Ich habe keinen Schatz. Schatz. Nö. Upsala. Teamate beschleunigen. Jetzt brauchen wir nicht. Gut. Die Runde finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keine Mui mehr. Ich habe noch 3 Schuss, ne? Ist das spezielle Munition? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Zone. Ebenfalls hier. Dann rennen wir durch. Wir sind auf 4. Und wir sind jetzt im Ring drin. Ich habe meine Ulti noch nie benutzt. Pfff. Das ist auch nice, ne? Was? Sehen die da was? Oder? Ah, da ist das unser Care Package. Wir sind da mit drin. Das ist sehr gefährlich. Was haben wir hier? Das ist nice. Ich habe nur noch 3 Schuss. Ich habe nur noch 3 Schuss. Ein Schädelspalter. Wo kam jetzt das her? Komm her, komm her. Komm her, komm her. Ach man! Hm? Wo sind sie? Okay, noch 3. Jetzt 2 andere. Das könnte wirklich ein Win-Win werden, Freunde. Ein Solo! F***! Da oben ist jetzt noch jemand. Komm, die? Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme... Was ist denn hier? Hum-hum-hum-hum-hum. Ups. Müde Kiet! Wieder Granate spritzen, ne? Ok! Irgendwo müssen sie sein. Dann sag ich auch noch kurz. Oh, wir sind direkt drin. Kann man eigentlich auch? Ne, hab ich nicht. Kacke. Ich hab keine Rüstungsteile, ne? Ich hab das Gefühl, das könnte jetzt ein bisschen weh tun. Ah. Hm. Rucksack. Ähm, nö. Gleiche Munition, nimm mal mit. Aber jetzt verstehe ich das Aufwertungssymbol. Also sind sie da vorne. I got it. Das sind die Letzten, ne? Das sind die Letzten. Das Team, das wusste, was abge- Hehehehehehe. Ein Kill! Yay! Ja, gut. Aber, wonnen. Erster Sieg, erste Aufnahme. Also es ist wirklich vom Matchmaking. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen schlechtes Matchmaking noch. Ich weiss nicht, ist es wahrscheinlich, weil, ähm, es noch wenig, also es fangen gerade alle an und deswegen hat das Matchmaking noch nicht, ihr Ranked und so noch nicht drin. Es gibt 20 Minuten, ne, überlebt. Und, ich habe nicht viel getan, die anderen haben alles für mich getan, aber, Sieg ist Sieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, schalte mal nächstes Mal wieder ein. Morgen gibt es wahrscheinlich wieder Overwatch, ne. Morgen gibt es gar kein Video, genau das war, übermorgen geht es wahrscheinlich Overwatch. Und, schreibt mal in den Kommentaren, wie findet ihr's? Und, ne? Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist gut. Tschüss.